Das ist Sophia. Sie ist HR-Managerin. Bis vor kurzem haben Sophia und ihr Team noch an der Implementierung von SAP SuccessFactors gearbeitet. Heute feiern sie den erfolgreichen Go-Live. Doch wie geht es jetzt weiter, fragt sich Sophia. Klar, die tägliche Arbeit ist deutlich einfacher geworden, aber es gibt so viele Details. So viele Fragen, die noch offen sind. Fühlen sich die Anwenderinnen und Anwender vielleicht überfordert? Und brauchen sie zusätzliche Schulung oder Hilfe bei ihrer täglichen Arbeit? Wie kann Sophia unterstützen, ohne die eigenen Aufgaben zu vernachlässigen? Denn läuft das System erst mal, gibt es jede Menge Raum für Optimierung. Und eine ganze Reihe an Verbesserungsvorschlägen. Wie aber kann Sophia all diese Vorschläge überhaupt bewerten, verwalten und umsetzen? Und wie schnell kann sie sich in die technischen Feinheiten dieses komplexen Systems einarbeiten? Keine Sorge, Sophia. Wir stehen bereit. Und an deiner Seite. So wie Sophia und ihrem Team hat TTS schon Hunderten von HR-Teams geholfen, sich mit neuen Systemen vertraut zu machen. Sophia ist vom ersten Tag an voll dabei. Gemeinsam mit den TTS Digital HR Experts bewältigt sie kleinere wie größere Anfangshürden, identifiziert Optimierungspotenziale und kümmert sich um die Umsetzung. Sophia ist zufrieden. Ganz egal, ob anspruchsvolle technische Fragen oder die Unterstützung im laufenden Betrieb. Sie weiß, sie kann sich auf TTS verlassen. Machen Sie es wie Sophia. Sprechen Sie uns an.